Musik Lieber Eismann, frisch aufgeschlagene Sahne ist so lecker und hat aber leider so viele Kalorien. Haben Sie eine Idee, damit man auf diesen Genuss nicht verzichten muss? Mein Name ist Thomas Zebrer, ich bin Eismann in Esslingen und mein Tipp ist, geben Sie unter die aufgeschlagene Sahne ein aufgeschlagenes Eiweiß, dann haben Sie pro Portion weniger Kalorien und die Sahne ist ergiebiger.